Hallo liebe Motofans und Sammlerkollegen, herzlich willkommen hier an diesem wirklich wunderschönen sonnigen Tag. Es ist bullig warm, deswegen heute auch im T-Shirt, aber darum soll es heute nicht gehen. Nur als kleine Info, ihr seht ein bisschen ungewöhnliche Kulisse. Ich habe bei mir zu Hause ein bisschen umgeräumt und dementsprechend nicht nur eine andere Kulisse. Es könnte auch sein, dass wir eine Audiospur ein bisschen mehr Hall drin haben als sonst. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so empfindet. Ja, aber jetzt erst einmal darum, worum es überhaupt gehen soll. Und zwar um die Gewinner dieser drei Hefte hier. Ein neuer Feind, das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Motofan Fictions and Friends. Alex Derer und Alex Streep haben dieses richtig schöne Heft auf die Beine gestellt. Eine richtig klasse Kurzgeschichte und diese wollten wir ja verlosen. Das haben wir ja schon vor einer geraumer Zeit. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen länger her, aber es ist irgendwie ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber wir kommen natürlich unserer Verpflichtung nach und werden die heute verlosen. Und je heft ein Gewinner. Und da schauen wir uns doch mal kurz eben an, wer das gewesen ist. Also da haben wir, ich habe hier meine Liste, das sind guckt nach links. Einmal Eugen Mohr. Herzlichen Glückwunsch. Christian Drebing wird ebenfalls ein Heft bekommen. Und das letzte geht an Thomas Schwarz. Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte meldet euch an der angegebenen Adresse hier, dieser E-Mail-Adresse. Und dann bitte mit euren vollständigen Daten, damit wir euch diese Hefte natürlich zuschicken können. An euch vielen Dank fürs Zugucken und habt noch einen schönen Tag.